Die Druckerei Druckintro SA ist seit 1994 auf dem polygraphischen Markt tätig. Unsere Staken liegen im sorgfältig ausgewählten Maschinenpark und im professionellen Personal. Wir investieren ständig in Technologien, die die Realisierung von Aufträgen mit höchsten Anforderungen und Standards ermöglichen. Aufgrund dessen belegen wir die vorderen Plätze unter den besten Druckereien in Polen. Unsere Erfahrung, Zuverlässigkeit und Professionalität führte zur Zusammenarbeit mit den wichtigsten Verlagen im In- und Ausland. Bücher sind unsere Leidenschaft. Diese Leidenschaft teilen wir mit unseren Kunden. Sie stehen bei uns im Fokus. Ihre Visionen und Wünsche nehmen bei uns Gestalt an. Gerne teilen wir unsere Erfahrungen. Wir tun unser Bestes, damit die Qualität unserer Dienstleistung auf dem höchsten Stand bleibt und den Ansprüchen der Kunden entspricht. Wir bieten ein breites Spektrum an Dienstleistungen an. Vom einfachen, einfarbigen Druck bis zu Drucken mit hohem Schwierigkeitsgrad. Im Hardcover, Broschüre-Einband, Integralbund und Heftform. Wir spezialisieren uns auf das Drucken und Binden von Büchern, Alben und Lehrbüchern. Ein breites Spektrum von Veredelungsarbeiten sowie der selbstständige Transport runden unser komplexes Angebot ab. Unsere neueste Investition ist die Produktionslinie von Pappbüchern für Kinder im Sinne des Boardbooks. Es ist eine einzigartige, gänzlich automatisierte Druckart, bestehend aus 15 Sammelstationen und einer Bindestation, bei der die Möglichkeit besteht, die Ecken in einem Prozess abzurunden. Es ist des Weiteren möglich, das Innere eines Blocks vorzubereiten und es daraufhin in ein Hardcover zu binden. Die Produktivität der Maschine liegt bei 4000 Exemplaren pro Stunde. Dem weltweit vorherrschenden Trend entsprechend und in Sorge um die Gesundheit der kleinsten Leser erfüllt die Produktion der Bücher die höchsten mechanischen und chemischen Sicherheitsanforderungen. Auf diese Weise können die Verleger den Eltern Bücher anbieten, die nicht nur klug und kreativ, sondern auch sehr sicher sind. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie über uns mehr erfahren wollen. Wir laden Sie herzlich dazu ein.